Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Sports Gaming Channel. Heute ein weiteres Video zu Undisputed und zwar möchte ich euch nochmal ganz kurz hier alle Boxer der Release Version, also der Early Access Version vom PC vorstellen, sortiert nach ihren Gewichtsklassen und hier bereits sortiert absteigend nach ihren Gesamtwerten. Wir fangen jetzt hier mal im Schwergewicht an, wundert euch nicht, es sind einige männliche Boxer auch in mehreren Gewichtsklassen vertreten, dann auch mit einer natürlich entsprechenden Version des Boxers mit natürlich einem etwas anderen Gewicht und tatsächlich auch einer anderen Gesamtbewertung. Wer da ein bisschen mal aufpasst, wird das in den folgenden Minuten auch sehen. Wir fangen jetzt hier an im Schwergewicht nach den Gesamtwerten. Wir fangen an hier, also Tyson Fury mit einer 94 ist drin, dann haben wir Mohamed Ali mit einer 94, dann haben wir hier entsprechend Joe Frazier mit einem Gesamtwert von 90. Weiter geht's hier mit Rocky Marciano, Gesamtwert 90. Alexander Ozyk der Ukrainer mit einem Gesamtwert von 89. Dann haben wir hier Joey Luis mit einem Gesamtwert von 89. Weiter geht's mit Deontay Wilder mit einem Gesamtwert von 88. Roy Jones Junior mit einem Gesamtwert von 86. Joe Joyce mit einem Gesamtwert von 82. Dann haben wir hier Frank Bruno mit einem Gesamtwert von 80. David Adelaide mit einem Gesamtwert von 77. Und Eddie Hall mit einem Gesamtwert von 72. Wir gehen jetzt ins Cruiser Gewicht bei den Männern. Hier seht ihr es zum Beispiel schon Alexander Ozyk. Ihr habt ihn eben gesehen. Es war glaube ich eine Ende 88er Bewertung. Im Cruiser Gewicht hat er also sogar eine 92er Bewertung. Dann haben wir hier Rocky Marciano mit einer 91er Bewertung. Roy Jones Junior, auch er im Schwergewicht ja vertreten und hier im Cruiser Gewicht mit einer Gesamtwertung von 88. Dann gehen wir weiter. Johnny Nelson mit einer Gesamtwertung von 84. Enzo Maccarinelli mit einer Gesamtwertung von 80. Lawrence Ockerli mit einer Gesamtwertung von 80. Dann haben wir Lyndon Arthur mit einer Gesamtwertung von 79. Und Patrick Rokul, der Deutsche, hier mit einer Gesamtwertung von 70. Wir gehen ins Halbschwergewicht. Roy Jones Junior, ein drittes Mal vertreten hier mit einer Gesamtwertung von 90. Saul Alvarez, der Mexikaner mit einer Gesamtwertung von 87. Lyndon Arthur mit einer 80. Enzo Maccarinelli, hier auch vertreten mit einer 80. Und Patrick Rokul, hier dann tatsächlich im Halbschwergewicht vertreten, sogar mit einer Gesamtwertung von 75. Dann kommen wir ins Mittelgewicht bei den Männern. Sugar Ray Robinson, 91. Roy Jones Junior mit einer 91. Saul Alvarez mit einer 88. Sugar Ray Lennart mit einer 87. Nigel Benn mit einer 86. Karl Fröch mit einer 86. George Groves mit einer 83 hier am Start. Dann haben wir Kel Brook mit einer 82. Dann haben wir Connor Ben mit einer 81. Und Sean Porter mit einer 81. Dann haben wir hier Ryan Rhodes mit einer 78. Und Patrick Rokul, hier im Mittelgewicht auch nochmal vertreten. Diesmal mit einer Gesamtwertung von 73. So, wir gehen ins Weltergewicht bei den Herren. Sugar Ray Robinson, eine 92. Sugar Ray Lennart, eine 91. Saul Alvarez, hier eine 90. Terence Crawford, ebenfalls eine 90. Josh Taylor mit einer 85. Ricky Hilton mit einer 84. Kel Brook mit einer 84. Dann haben wir Arturo Gutti mit einer 83. Sean Porter mit einer 83. Dann haben wir Connor Ben mit einer 82. Mickey Ward mit einer 81. Dalton Smith mit einer 79. Michael McKinson mit einer 77. Ryan Rhodes mit einer 76. Und George Davey mit einer 66. Wir kommen bei den Herren zum Leichtgewicht. Sugar Ray Robinson, hier wohl seine stärkste Version mit einer 92. Dann haben wir Terence Crawford hier wiederum mit einer 90 am Start. Josh Taylor mit einer 86. Ricky Hilton mit einer 84. George Linares mit einer 84. Ryan Garcia. Ryan Garcia natürlich mit einer 83. Dann haben wir Arturo Gutti hier im Leichtgewicht mit einer 83 am Start. Mickey Ward mit einer 81. Anthony Crawler mit einer 80. Dann haben wir Dalton Smith hier mit einer 79. John Carroll mit einer 78. John Gill mit einer 76. Weiter geht's bei den Herren ins Federgewicht. George Linares hier mit einer 84. Ryan Garcia mit einer 83 am Start. Arturo Gutti hier mit der 83 Gesamtbewertung. Josh Warrington mit einer 81. Kit Galahad mit einer 79. Kit Galahad mit einer 79. Anthony Crawler mit einer 79. John Carroll mit einer 78. Scott Quick mit einer 78. Jordan Gill mit einer 76. Und last but not least Hopi Price hier mit einer 71. Dann kommen wir zur letzten Gewichtsklasse bei den Herren. Das ist das Bantam-Gewicht. Hier Jorge Linares mit einer 84. Sonny Edwards mit einer 83. Charlie Edwards mit einer 80. Kit Galahad mit einer 79. Scott Quick mit einer 78. Hopi Price mit einer 71. Jetzt kommen wir zu den beiden Frauenklassen, die auch vertreten sind. Im Weltergewicht natürlich Cecilia Bracus mit einer 84. Jessica McCaskill mit einer 83. Und hier Alicia Napoleon mit einer 82. Dann kommen wir zum Leichtgewicht bei den Frauen. Katie Taylor mit einer 91. Chantelle Cameroon mit einer 86. Terry Harper mit einer 83 vertreten. Dann haben wir hier Natasha Jonas mit einer 83 vertreten. Jessica McCaskill mit einer 83. Jelena Mirjanovic. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Die Kanadierin mit einer 82. Dann geht es weiter hier im Programm mit Delvin Persson mit einer 81. Ebeni Bridges mit einer 80. Und zu guter Letzt Sophie Ellisch, die Deutsche, mit einer Gesamtbewertung von 80. Ihr seht also von, ich glaube, 70 bis 94 aktuell alles vertreten. Wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir wieder zu den Schwergewichtsklassen der Herren. Ich hoffe, das war mal ein ganz interessantes Video von euch und dass ihr mal einen Überblick hier habt. Denn ich glaube, das ist auf YouTube noch gar nicht so ausgiebig gezeigt worden von anderen Leuten. Ich habe es zumindest nicht entdeckt und habe mir gedacht, das ist auch ein ganz interessantes Video. Mal alle entsprechenden Boxer der Release-Version ganz kurz mal zu sehen. Vor allem auch mit ihren Gesamtwerten und auch mit der Tatsache, dass einige ja tatsächlich auch in mehreren entsprechenden Gewichtsklassen vertreten sind. Dankeschön, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn euch Sportsgaming-Content und natürlich mein Content zu Undisputed gefällt. Weiter geht es hier die nächsten Tage mit weiteren Videos. Ich freue mich auf euch. Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.